Wirklich nicht mehr durch Security gehen muss. Es gibt wahnsinnig viele in Skipol Airport, da haben wir keine Zeit drauf einzugehen. Da war auch zum ersten Mal, die waren die ersten, die im Abflugbereich diese Sachen hatten mit diesen Aquarien, wissen Sie, wo da die Heringe einmal an die Füße klabbern da. Das gab es doch mal in der Werbung damit. Kennen Sie es nicht? Das sind, die haben Wasserbecken, da sind keine Fische drin. Von Thailand abgeschaut. Von Thailand abgeschaut. Die Fische hatten in Thailand rumstehen. Die haben seit fünf, sechs, sieben Jahren, gibt es da einen Flugge. Und dann werden Ihnen die Hornhaut von denen abgeholt. Ja, aber das würde ich jetzt bedeuten, wenn ich mir in Schwer, ich komme mal sagen, in Schwerpunkt zwischen, um nach Hause zu kommen und habe eine Flasche Whisky als Beispiel dabei im Handkrieg. Das war ja bisher vergeben, das haben wir abgenommen. Und das gibt es nicht mehr. Wenn Sie reinkommen, haben Sie ein Problem, wenn Sie rauskommen, nicht.